Deine Panasonic Kamera aus der S-Serie lässt sich nicht mehr vollständig bedienen oder die Fokussierung arbeitet vermeintlich nicht korrekt. Wir zeigen in diesem Video eine mögliche Ursache. Die Panasonic Kameras der S-Serie verfügen über einen Sperrschalter. Über diesen kann das ungewollte Ändern von Einstellungen verhindert werden. Zum Beispiel der Touchscreen kann gesperrt werden, um das versehentliche Verschieben des Fokuspunktes mit der Nase beim Blick durch den Sucher zu verhindern. Wenn der Sperrschalter auf Lock geschaltet wird, sind die Touchfunktion sowie die markierten Bedienelemente außer Funktion. Beachte bitte, dass die Bediensperre nur aktiv ist, wenn sich die Kamera im Aufnahmemodus befindet. Des Weiteren kannst du die Auswahl der zu sperrenden Elemente im Menü anpassen. Damit diese Einstellung im Menü möglich ist, musst du zunächst den Sperrschalter auf Unlock stellen. Rufe dann das Kameramenü mit der Menü-Set-Taste auf und navigiere mit den Cursor-Tasten weiter über das Zahnrad-Symbol zum Untermenüpunkt Einstellungen-Sperrschalter. Hier kannst du wählen, welches Bedienelement mit dem Schalter deaktiviert werden soll. Ein geschlossenes oder geöffnetes Schlosssymbol zeigt an, ob das Bedienelement über den Sperrschalter gesperrt wird oder nicht. Untertitelung des Zahnrad-Symbol zum Untertitelung des Zahnrad-Symbol zum Untertitelung des Zahnrad-Symbol. Untertitelung des Zahnrad-Symbol zum Untertitelung des Zahnrad-Symbol zum Untertitelung des Zahnrad-Symbol.